Seit jeher ist Getreide sehr wichtig für die Ernährung von Babys. Daher achten wir bei all unseren Getreidesorten wie Hirse, Weizen oder Reis auf Spitzenqualität aus biologischem Anbau. Schon das ungebeizte Saatgut kontrollieren wir besonders streng. Unsere ausgesuchten Getreidekulturen sind reich an wertvollen Nährstoffen, aber auch besonders widerstandsfähig gegen Schädlinge. Auf gesunden Böden bauen wir im Wechsel Getreide, Kartoffeln und Klee an. Kleegras spielt im biologischen Landbau eine besonders wichtige Rolle. Es versorgt Böden ganz natürlich mit Stickstoff. So wird auf chemischen Dünger verzichtet. Um unsere Felder sind Blühstreifen, Hecken und Biotope. Das bietet vielen Arten einen optimalen Lebensraum. Denn nur dort, wo die Natur intakt ist, finden viele Lebewesen Zuflucht. Unser Biogetreide ernten wir in optimaler Reife. Die Ähren hatten ausreichend Zeit, um die gesunden Nährstoffe voll auszubilden. Das Getreide wird nun strengstens im HIP-Labor analysiert, damit nur die beste Bio-Qualität auf den Löffel kommt. Doch wir gehen sogar noch weiter. Schon seit Jahren schützen wir das Klima durch CO2-neutrale Produktion. Wir tun dies, damit die Welt für die Zukunft unserer Kinder lebens- und liebenswert bleibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017